Herzlich willkommen bei der Druckerei Sturmann AG in Füllensdorf. Unsere Druckerei ist spezialisiert auf die Herstellung von ein- bis mehrfarbigen Druckerzeugnissen in Offset-Druckqualität. Kleinauflagen produzieren wir im Digitaldruck. Seit der Firmengründung im Jahre 1988 behaupten wir uns durch kontinuierliche Investitionen in neueste Technologien erfolgreich auf dem Markt. Dank optimierten Arbeitsabläufen in allen Produktionsstufen ist es uns möglich, unseren Kunden kostengünstige Drucksachen anzubieten. Wir produzieren mit einer modern eingerichteten Satzvorstufe auf Mac und PC. Einem Netzwerk integrierter Plotter mit Farbmanagement ermöglicht uns die ständige Kontrolle ihrer farbigen Drucksachen. Plakate können auch in kleiner Stückzahl bis Weltformat 89 x 128 cm günstig produziert werden. Die druckfertigen Auftragsdaten übermitteln wir online auf unsere leistungsfähige digitale CTP-Druckplattenbelichtungsanlage. Unsere modernen Heidelberger Mehrfarben-Offset-Druckmaschinen garantieren Ihnen eine optimale Druckqualität. Im Ausrüstbereich werden Ihre Drucksachen auf Schneid- und Falzmaschinen fertiggestellt. Auch Rillen, Perforieren, Nummerieren und Lochen ist auf unseren Ausrüstmaschinen jederzeit möglich. Auf Wunsch können Sie für die Auslieferung Ihrer Drucksachen unseren Lieferservice in Anspruch nehmen. Unser vielfältiger Kundenkreis setzt sich aus namhaften Firmen der Pharma-Branche, Gewerbe- und Industriebetrieben, öffentlichen Institutionen und Vereinen zusammen. Unsere Drucksachenpalette umfasst Visitenkarten, Briefbögen, Kuverts, Etiketten, Flyer, Plakate, Prospekte, Broschüren, Bücher und vieles mehr. Sie können unsere Drucksachen auch bequem unter www.sturmann.ch unserem Online-Shop bestellen. Gerne erstellen wir für Sie auch Ihre individuelle Preis-Offerte. Wir freuen uns auf eine zukünftige Zusammenarbeit mit Ihnen.